Hallo Leute, der Soreo hier und es gibt mal wieder ein Video von mir. Das letzte ist ja schon ein paar Tage her. Grund ist eigentlich, ja, Grund ist A, dass ich wenig Zeit hatte, B, ja, so ein bisschen gerade vor mich hin überlege, was ich als nächstes wirklich anfangen will für ein Projekt. Aber ich hatte ja beim letzten ARC-Video im Abspann oder so in der Abkündigung auch des ARC-Projekts gesagt, eins der Optionen, eins, was ich gern spielen würde, ist dieses Apex Legends, so rum, ordentlich sprechen. Man sieht im Hintergrund, das sind jetzt einfach Bilder von der EA-Seite, also sind keine Screenshots, die ich gemacht habe. Ich habe mir das Spiel runtergeladen, ich habe es gespielt, so 20, 25 Spiele, ich habe nicht genau mitgezählt und ich muss ehrlich sagen, so schön ich die Idee finde und so nett das Spiel auch aussieht, aber es ist einfach nicht meins. Also ich bin kein Ego-Shooter-Typ und ich habe es in diesem ganzen 20, 25 Spielen, also okay, am Anfang braucht man ein paar überhaupt erstmal reinzukommen, ich habe es nicht geschafft, einen einzigen Kill zu machen. Also nicht einen einzigen Kill. Interessanterweise war ich einmal in einem Team, das sogar gewonnen hat, das heißt, du hast ja immer drei Leute in einem Team, also theoretisch hast du immer drei Leute in einem Team, einmal war ich auch ein Ein-Mann-Team, aus welchen Gründen auch immer, aber sonst hast du immer drei Leute in einem Team, die abspringen, vom Flugzeug halt irgendwo landen und dann bekämpfen sich die Teams gegenseitig. Und einmal waren wir tatsächlich das letzte Team und einer aus dem Team hat irgendwie, weiß ich nicht, 19 Kills gemacht oder so und ich hatte null Kills. Ja, also wirklich, ich habe komplett versagt bei dem Spiel und ich habe es auch nicht aufgenommen, weil ich dachte, ich versuche erstmal ein bisschen reinzukommen, aber nach 20, 25 Spielen war ich so frustriert und habe gemerkt, das ist nicht meins, ich werde es auch nicht aufnehmen, ich werde es euch auch nicht zeigen, deswegen habt ihr hier nur so ein paar bisschen Bildmaterial, Füllmaterial im Hintergrund. Ja, es ist einfach nicht das, was ich wirklich, ja, richtig gut kann oder beziehungsweise überhaupt kann. Also ich bin da einfach furchtbar schlecht drin. Ich könnte vielleicht super, super, super üben, aber ganz ehrlich, ich lasse das. Deswegen Apex Legends, schon wieder Apex Legends, kleiner Ausflug, aber ich werde es nicht spielen, ich werde es nicht machen, ich werde es nicht weiterspielen und ihr werdet auch keine Videos von mir dazu zu sehen bekommen. Genau, und dann bin ich gerade ein bisschen am überlegen, ob ich jetzt Assassin's Creed anfange oder ein Spiel, was in ein paar Tagen in den Early Access kommt, nämlich Satisfactory heißt das. Und da habe ich ein paar Videos schon gesehen, da gab es ein Free Weekend, was ich leider verpasst habe. Schade eigentlich, aber ich hatte an dem Wochenende sowieso keine Zeit. Das klingt ganz interessant, das könnte man mal versuchen. Bin ich mir noch nicht 100% sicher, aber ja, mal schauen. Also es wird weitere Videos geben, nicht jetzt sofort die nächsten Tage. Es wird ein bisschen Pause geben, weil ich einfach gerade nicht so richtig was habe, aber es wird weitergehen, das kann ich schon mal sagen. Und ja, ich hoffe, ihr seid gespannt. Ich bin es nämlich auch und würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt und sagt, Mensch, spiel doch mal das Spiel oder hast du schon mal an das Spiel gedacht, dann schreibt es mir gerne auch in die Kommentare, weil ich natürlich auch nicht alle Spiele kämme und alle Entwicklungen. Wenn irgendwas ist, wo man denkt, Mensch, das könnte was sein, schreibt es mir in die Kommentare. Ich schaue es mir mal an, ob ich dann ein Video zumache oder vielleicht sogar eine Folge, also dass es wirklich ein Let's Play wird, mal gucken. Weiß ich nicht. Kann ich nicht versprechen, aber ich würde mich über alle Kommentare freuen und vielleicht seid ihr ja die totalen Apex Legends, jetzt habe ich es richtig ausgesprochen, ja, endlich mal, die totalen Fans davon und die totalen Cracks und sagt, ah, super Spiel, ja, ist okay, aber es ist nicht meins. Und dann, ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und dann, ja, vielen Dank.